mal dahin wo habt ihr das gesehen habt ihr das gesehen herzlich willkommen bei meinem neuen abo special okay bei dem neuen abo special hier mache ich vielleicht mal ein abo special weil ich so lange in aktiv war und endlich habe ich meine 500 abonnenten erreicht das ist so geil alter und hier also fangen wir an ich zocke heute mit euch apb reloaded und ja fangen wir an so wir sind jetzt in game richtig mal ins spiel rein das ist ein richtig geiles spiel es kommen noch ja klar es kommt noch ist vor videos aber das spiel habe ich angezogen wegen meinem neuen pc ich habe einen neuen pc bekommen und alles hammer und so und das spiel geht flüssig beim laptop ist nicht flüssig gegangen das spiel kann ich euch auch empfehlen auch eines vor zockern minecraft zockern was weiß ich alle die meine video schauen und noch zur info das ist jetzt nur ein teil des abo specials hier genau das ist jetzt teil 1 und teil 2 kommt später auch mit ap und so mit pen kaps als gewinn ich weiß nicht vielleicht noch normale kapsen ich schaue dann ich bin gerade so müde aber machen wir das wir ziehen es durch und okay alles jetzt egal was wir hatten ja beef mit hans und so immer noch habe ich ja immer noch keine ahnung das ist mir jetzt scheißegal auch die behinderten die wo ich es vor einfach reinkommen will in ruhe zocken und die jetzt flamest du und sowas blablabla ich hab keinen bock mehr auf diese scheiße und vielen dank nochmal an die abonnenten die mich unterstützen und wegen euch habe ich jetzt wegen euch allen vielen dank ich habe 500 abonnenten erreicht und ja okay das ist auch so ein baller spiel so wie geht ja hier spawnen mein auto hier die musik ist mal scheiße warte hier kann man optionen nein wo war das scheiße kann man wo ist das musik player machen wir hier mal eine ingame mucke chill it up hip hop was gibt es hier machen wir jetzt so hip hop musik oder so was ist das so was ist das so lassen wir mal die einfach so keine ahnung okay ich mach hier meine mission muss ich auf k drücken so bereit und bam startet es gleich mit gegnern wohin 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 beschützen von nur mal los so bestes spiel aber driften hier kann ich nicht ja okay aber übertrieben okay hier gibt es sowas wie kriminell und bulle ich bin bulle weil man voll geld verhaften kann und dafür kohle bekommt aber verbreche ist auch nicht schlecht okay wohin fahren wir wir fahren jetzt zu dem typ wo wir beschützen müssen oder dass das beschützen das auto das haus was weiß ich mal gucken die gegner sind so hohes level alter das ist so schwer die zu killen ist der wahnsinn ich spiel das ja auch nicht lang hupen kann man auch easy jetzt tue ich hier durchfahm okay wo ist das jetzt die checks nicht baaam runter oh shit 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 mein gott muss man sich gleich überschlagen hier glaub ich soll dich aussteigen scheiße ich hab immer noch die shotgun da muss ich nahkampf killen scheiße alter fuck alter ich hab schiss was sind die hm oh mein gott alter wenn ich die finde wirklich die anal wo 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 und so gekillt gekillt oder ja ich hab's gekillt nice ich kippe mir wirklich gegner schwer aber naja shotgun easy läuft bei mir ich muss mich grad hier so konzentrieren ich weiß nicht wieso weil hier noch gegner sind okay ich komm auch rein mal gucken oh shit oh mein gott oh mein gott was war das oh fuck das muss man beschützen ich bin genau oh shit oh shit schau dir den zocker an da kommt immer so geile musik von denen die die kann man das kommen einstellen yeah okay spawnen wir in 7 sekunden ich kann euch zeigen hier auf ff nein egal scheiß drauf oder oder kann ich das zeigen kann ich aber jetzt nichts wechseln hier war für granate hier war für upgrades charakter kleidung kann man auch ändern auto kann besseres kaufen das ist jetzt das anfangs auto das erglichen sirene ist und so ich hab's aber umgeändert ich bin nicht so ein normaler bulle ich bin besser okay wohin renne ich nicht idiot andere seite okay ja moin lady ups scheiße scheiß trick alter schneller steckt einfach rein jetzt und beste musik im auto wer das spiel auch hat können gerne let's play machen kann man ja im team mission machen also wäre nice und ja okay okay da ist mein auto kann ich da reinsteigen wo wer hat geschossen alter die kotzt so an alter wahnsinn alle pros und ich ich low hm das sind halt so hier sieht man das level ich weiß nicht was das für ein level ist ich bin silber und die sind schon gold was weiß ich was das ist da muss man doch hirngeschädelt sein Sockel 10 mädchen reden ja bayerisch kann ich nicht aber ich kann auf grussisch reden und auf deutsch ich glaube jetzt scheiße ähm okay verteilen wir diese scheiße doch mal keiner da oi fuck fast mein mate gekillt das kann man auch hoffentlich steht die da hinten nicht ich halte ich halte das ist so eine missgeburt immer diese nur bambi nurse bambi hier schaut doch mal das level an alter naja wenn ich wenigstens kann ich euch was vom spiel zeigen ja weil dann jetzt mache ich ein abo special dass ich überhaupt noch videos mache ich will jetzt auch nicht aufhören weil es spaß macht nur ich hatte gerade kein ich hatte keine zeit ich gehe auch mal mit freunden raus ich muss arbeiten und bald muss ich auch noch schule mein von zwei seiten easy b das war nur hupen keine ahnung was das war hm ich glaube ich schaff das nicht mehr ich kill keinen ich bin irgendwo war da eine schmissgranate fuck ja wieso wurde ich hier gespawnt alter ok scheiße das ist das ist das ist das ist das ist das sieht so geil aus wie die ich habe gerade so eine scheiß waffe wo kann ich hier noch spawnen da wo ich Waffe wechseln kann nirgendswo so scheiß nirgendswo mhm ja egal hier ist nicht mehr angezeigt was ist das schlüssel zur stadt schlüssel zur stadt hä was ist das hä was ist was heißt das schlüssel zur stadt karte das ist achso das ist jemand achso achso sag doch gleich uiuiuiui achso ja danke das ist geil daran dass man hier so rausschauen kann aber mit einer shotgun ist es nicht so schön was mach ich verreckt doch alter wer hat mich jetzt gekillt die oder noch jemand ich schwöre mein gott das sind solche profis ich bin low aber man kann jetzt sehen wie low ich bin in dem in dem abo special ich weiß nicht soll ich von dem game let's play machen oder nicht könnt ihr in die kommentare schreiben ob ich hier mal mit dem spiel anfangen sollen ins place zu machen ähm ja ok 54 meter die schlampe die die wird ihr rotes wunder erleben verreckt 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 das das gibt's nicht ich hab die fünf mal getroffen oder sowas ich bin scheiß oder was weiß ich ich weiß es nicht ich weiß es nicht oh das ist Ding ok was heißt es ist nicht früher ok klar sie wusste schon dass ich komme und hatte granate gehalten in der hand und hat geworfen genau wo es explodiert ich muss noch heute morgen arbeit folgen wo 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 kann man hier ich bin er die knallt unser eigener mate knallt jetzt ab läuft selbstmord nicht geschafft nicht ich bin verkackt so verkackt hier so okay die kamen jetzt killen nein konnte man kill jetzt kommt das auto sieht besser aus ich gehe raus was gibt es so für einen player kein rock so ich lege musik an jetzt wechsel ich waffe mhm wer ist näher die die violets okay fahren wir mal dahin wow habt ihr das gesehen habt ihr das gesehen hammer man wahnsinn kontaktstufe erhöht okay was war das see ya okay warte ich habe 2000 gibt es geile waffen wir alle noch zugleich aber hier kann ich die waffen aber die scheiße ist schon gut aber standard muss sie besser das hier wird ich lange schon das hier oder 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 das hier feuer rate und was ist effektive reich ja dann so die die ddd muni kaufen kann ich nicht muni so das kind habe ich auch kein 0 ändern nein das ist modell anzeigen mit charakter hier gibt es auch was glaube ich da deckung und große wille machen das okay ausrüstung habe ich nicht hier habe ich gar nichts naja so was machen wir jetzt für scheiße die waffe ist viel besser aber die waffe ist irgendwie so komisch mal gucken die waffe ist doch besser die andere das ist die hier weil die ist irgendwie cooler okay das ziel ist von der anderen genau dann nehme ich die hier wieso steht gegenstand bearbeiten wenn ich angehe auf die waffe gegenstand bearbeiten umbenennen wird der fuck mein ja besser ok k erstmal so ich komme auch danzen hier so wie ging das tanzen auf deutsch mission hat begonnen perfekt wenn man das auto nehmen kann alter weil manchmal lassen die die autos da die eigene dann kann man sie nehmen schade nehmen wir zum taxi aussteigen wohin fahren wir jetzt dem hinterher nehmen wir müssen ratzieren ja also den hinterher kupeln halt doch an du also anhalten naja okay dann will ich nicht anhalten auch ich überdenke die so hart getroffen überfahren 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 ja geil mein gott auch bestimmt durch gesucht die ja eine so hohe hohes level und so wie hier grazia oben steht die zeit immer in drei minuten und das spiel ist aus dem free to play könnt ihr bei steam downloaden nicht nur bei steam also auch irgendwann wo he ups paar mal aufs autobeschuss explodiert ist da jemand nein er macht er macht er macht was hat er hat mich mit einer granate gekillt naja leute da ist jetzt so langweilig geht ich habe keine lust weil ich schlafen will wenn ich das das special dinge und ja schreibt mir unter die kommentare ob ich das zocken soll als let's play ob ihr mit mir zocken wollte es vor was auch immer und ja steigen wir in das geile auto ein und fahren weg viel spaß noch gute nacht haut rein leute in 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 in